Inji, das Kuscheltier des afrikanischen jungen Kojo, stand am Freitag im Mittelpunkt an der Grundschule Wüsting. Denn Inji war die Hauptfigur im Figurentheater des Vereins Wurzeln und Flügel von Heidrun Harms und Ute Kok und erzählte den Kindern von der Flucht aus Afrika. Wir wollen den Kindern die Flüchtlingsthematik ernsthaft, aber nicht belastend näher bringen, erklärte Ute Kok, die als Ellie mit dem Kuscheltier Inji ins Gespräch kommt. Das Kamel beschreibt seine Flucht, das Ankommen und das Freunde finden. Dabei wurde den Grundschülern gezeigt, dass Sprache kein Hindernis sein muss, um miteinander zu spielen. Am Ende des Stückes rollten die beiden Grundschullehrerinnen eine große Weltkarte aus, auf der die Kinder zeigen konnten, woher ihre Verwandten kommen. Auch wurde ein afrikanisches Lied gesungen. Am Ende des Stückes Untertitelung des ZDF, 2020